Let's survive Ich bin hier immer noch im Dschungel und äh Dings will diese Karte erneuere sie Jo Ich mach jetzt einfach einmal weiter Jo So 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 Und was musst du gerade tun? Ich mache hier ... äh ... Erzschmalzen Ich habe was vergessen Oh ja, von Gott, meine Musik Ich habe jetzt auch Melonen und Kürbis übrigens Ich glaube, ich baue hier einen Stall für die Kühe und die Schweine Und diese ... wie heißt es nochmal ... nicht Schokolade, doch ... diese Kokosnuss oder sowas habe ich drauf Ich sehe das ... na, was ist denn schon mal der Wix? Hm ... Zuckerbohnen Ja, genau die ... Um ... Shhh ... Was ist bei dir im Hintergrund so laut? Dann buchen wir mal Ne, das ist wahrscheinlich der Wüter Das sollten wir alle ... Dann hältst du das eigentlich drin, ne? Ich kann mal das Mikrofon näher dran machen Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, aber ... Und so ... Also ich höre dich auf jeden Fall besser Ja, okay Ich habe jetzt gerade auf ... keine Ahnung, mal vor ... vor ... vor ... vor ... vor ... vor ... auf mein Kanal geguckt Ich habe jetzt 45 Abonnenten Echt? Ja Wow Ich glaub du hast 33 jetzt Äh ... echt? Ich glaub sie ... Ich glaub sie hat ... Ja ... Bei ihm hatte ich ... 27, aber ... das aktualisiert sich bei Google ja immer so ... Nicht so wirklich regelmäßig, deswegen ... Das hat jemand oder deinen ... äh ... dritten Part da kommentiert, glaub ich Ja, kann man gehen gut Ja, ich hab auch ... also ich wollte einen 30 Abos Special ... Das hab ich sogar schon aufgenommen ... Ähm ... indem ich zeige, wie man in ... mein Korb Text installieren kann das ist das beste Beispiel ich mache ein 50 Abus Special aber ich habe auch noch nicht was da ankommt das habe ich schon aufgenommen also könnt ihr abonniert dann seid ihr der Ersten wie ihr es seht nein da gucke ich auf den Kanal und da steht da wie auf dem Video vor 37 Sekunden ja das war letztlich also für die die es nicht mitbekommen hatten ich hatte mein Video hochgeladen und dann, ich hatte gerade so auf veröffentlichen sieht man bei Google immer so einen Haken wenn man irgendwie neue Nachrichten hat oder Kommentare und dann halt so ein paar Sekunden also in die 10.20 war das bei mir danach hatte ich dann da eine Nachricht drin dann habe ich da drauf geklickt dann hatte er direkt mein Video schon an Dings da wie heißt das, kommentiert das war relativ lustig oh ja sagen wir sie braucht man nicht um den das war relativ lustig wenn man passt wenn man passt ich glaube ich mache mal eine ganz kurze Time Lapse während ich über das Meer fahre bei mir ich bin nicht gerade blöd und weiß ich, wer ein Song kraftet ich falle gerade aus der Welt raus oh hä, was ist ich weiß nicht, wer ein Song kraftet lol ich sitze in meinem Boot und verlaust der Welt ich sterbe nicht ich sitze ganz über dem Poker wie kraftet man noch ein Song ein Song? ja weiß ich nicht ich gucke mir immer auf mein Handy ich bin echt ein Bild das war echt ein Bild ich muss noch mal so wie sieht ein microsoft aus das müsste äh, klar, komm ich mal voran. Ja, das sind Leute. Oh, man. Ähm... Spielst du seit Ende 2005 Minecraft, aber das ist immer noch nicht wie ein Soundcrafted, ey. Okay, ich, äh, ich barge grad die ganze Zeit hier rum. Ich setz mich ganz kurz in Game Mode, also du kannst jetzt hier mal ein Video gleich nachher auch sehen. Oh, ich weiß noch nicht mehr. Okay. Oh, es ist nach geworden, oh. Ich bin im Game und nun komm nicht von der Stelle. Ich weiß nicht, wie man ein Soundcrafted, aber ich weiß, wie man ein Soundcrafted. Das ist auch mal witzig heute. Wieso? Ich tue mal den Helm in die Kiste. Oh, das ist auch noch on. Ähm... So, so. Holzblock noch dazu. Das ist doch, das ging mal anders. So. So, so. 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 ich bin ja auch dumm Ah manch Ach so So? Jetzt habe ich es Und was sieht besser aus? Akatienzaun oder Eichenzaun Hm Ich glaube Eiche, also das ganz normale Ah Ich muss auch wieder zurück Jetzt habe ich so viel Akatien Oh Jetzt Diggis Okay ich hoffe man hat gar nicht meine Familie im Hintergrund Aber Da wenn Äh Türen machen wir Darkwood Oder? Hm? Die Türen machen wir jetzt aus Darkwood Darkwood Holz Was sieht am besten aus? Gut Ah ich will Creeper Ah Oh Oh ich bin davon Ich bin da greift mich an Ich guck zur Spinn Die geht einfach weg Hm Fehler kann ich hier überall Ich fang eben zu diesem Walther Ich fang eben zu diesem Walther Äh Wie viele Creeper hier schon sind? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Creeper In einer Reihe Was ist los hier? Ich bin zwar auf Normal aber so habe ich auch noch nie gesehen Und nicht auf Speer Sieben Creepern im Aneinander Ah das ist viel Siebener könnte doch hier Tolle der mit sieben Tolle der mit sieben Ah das nase Oh Oh, ich lege mich an. Aber dieses Lecken kommt. Ja, also den Server machen wir über alternus.org oder so, ja, ja, und die Längen sehr, also ich bin jetzt bald fast 6000 Blöcke gegangen, ich weiß schon mal. An der Zwischenzeit dieses Video von mir oder von Nick, als Sie jetzt sehen, als erstes dann Sonntags und Donnerstags um 70 Uhr kommen die Videos. Ja. Dann haben wir jetzt einen Abloatplan, oder? Ja. Hast du ein Bett? Äh, ich hab zwei weiße Wolle. Ne, hab ich sonst nicht. Schade. Ich kann gucken, weil ich das nächste Mal ein Schaf finde, aber... Die ganzen Mops hier regen richtig auf. Ja, hier ist grad voll die große Erdplatte praktisch in der Luft. Also mitten im Dschungel ziemlich geil. das sind fünf Äpfel die so als Nächste ich glaube ich kann jetzt einfach mal auf die Hexe auf Guck mal, ob ich die Treppe komme oh nein scheiße schützt man es so ich mache es nicht so ein haus im nächsten zock ich will nicht so in der dunkelheit aber mit dem haus stehen und dann kommen ja sie kippen auf uns zu im Haus da gibt es gar kein Haus mehr geladen hat die Begründung die Sitzbücher's machen können um den Krieg an nachhaltig sieben Krieg bei der Nürnberg doch als er uns aus aufnahmen aus dem abgeschossen von uns nach diese trifft sich ja eine richtig gute trefferquote ach da stehen sie doch der stimmte stehen die noch die kippe Wollt! Das muss mir sonst leider nochmal schicken, dann mach ich das als Thumbnail mit rein. Ich sehe wie zählt. Hast du da so eine Uhr stehen? Hm? Hast du da so eine Uhr stehen? Eine Stockuhr? Oh, 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 oh. Äh, ja, 17 Minuten, 14. Hab ich jetzt, aber ich hab irgendwie ein paar Sekunden spür, also so 16 und halb. Wollen wir vielleicht beenden? Äh, ja. Ich werde wahrscheinlich jeweils noch rumlaufen, die zwei zusammen machen, deswegen, ja. Okay, Leute, das war's von dieser letzter Folge. Wir sagen tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.